Sie sehen hier ein Tutorial zur Auftragsanlage und zum Design eines einteiligen individuellen Abartements mit der Softwareversion 16.1.0 des 3Shape Dental Designers. Als erstes starten wir hier mit der klassischen Auftragsanlage über das Auftragsblatt. Dieses findet man links oben hier, der zweite Button. Hier wird einmal draufgeklickt. Dann öffnet sich das Auftragsblatt. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, als erstes meinen Patientennamen einzugeben. Das mache ich auch. Weiter kann ich als nächstes kontrollieren, welche Dental Designer Version ich auch jetzt verwende. Ich habe hier auch die Möglichkeit, jeweils auf die Versionen 2.14 und 2.15 zurückzusehen. Aber heute habe ich hier die 2.16er Version ausgewählt. Als nächsten Schritt wählt man die Zahnpositionen aus, in der das individuelle Abartement dann später auch positioniert sein soll. Dann geht man hier auf die Zugriffsleiste, wählt das Abartement aus. Wichtig ist hier das erste auszuwählen. Das ist das sogenannte individuelle Abartement oder auch Customized Abartement genannt. Dann geht man auf das System. Wir nehmen jetzt hier ein hauseigenes System, das Bego RS-RSX-Implantat in der Variante Full. Deswegen ist hier auch die Bezeichnung F. Dann als nächstes wählt man hier eben die Durchmesser aus und dazu das nötige Material. In dem Fall haben wir jetzt den Durchmesser 3,75 und das Material, aus dem das einteilige Abartement sein soll, ist Titan. Dann klickt man wieder in den Daumen. Als nächstes wählt man vor dem Scan noch aus, ob man ein Gegenwiss haben möchte oder nicht. Oder ob es ein Antagonistenmodell sein wird. Und als nächsten Schritt geht man hier eben zum Scannen. Oder aber man lädt den Auftrag ein. Nun haben wir bereits den Scan abgeschlossen und hier wird auch bereits das Arbeitsmodell dargestellt. Der Unterschied zur Kronen- und Brückentechnik ist bei der Implantarprothetik, dass wir keine genau definierte Präparationsgrenze haben, um unsere Markierungen zu setzen, sondern hier wiederum das Austauschbefehl des Sulcuses. Das System sagt uns aber bereits, welche Markierungen wir setzen sollen. Das kann man hier links in dem Fenster Markieren nochmal nachlesen. Es steht Abartement 2.1, soll markiert werden. Und es wird auch hier oben über diese Lupendarstellung die Zahnposition nochmal genau markiert, welche nun bearbeitet werden muss. Das Ganze funktioniert relativ einfach. Man setzt einfach mit der linken Maustaste hier die Markierung auf den jeweiligen Punkt, den man haben möchte. Man kann diesen auch noch über das Halten der Maustaste bewegen. Und somit ist der ganze Form der Markierung bereits abgeschlossen. Man kann dies auch noch immer kontrollieren, indem man hier nochmal in das Feld Markierungen geht und nachliest, was hier steht. In dem Fall steht hier alle Elemente definiert. Und somit ist dieser Arbeitsschritt bereits abgeschlossen. Nun geht man auf Weiter. Nun stellt das System hier die Einschubrichtung dar. Diese kann wiederum individuell gesetzt werden. Es kann auch die übernommen werden des Systems. Wenn ich diese leicht abwandeln möchte, kann ich diese über die Blickrichtung, ist gleichzeitig meine Einschubrichtung, darstellen. Und kann dann hier über Einschubrichtung setzen, meine jeweilige eigene Einschubrichtung auch definieren, die ich hier jetzt einfach auch nochmal grafisch dargestellt habe. Dann gehe ich wieder auf Weiter. Das ist keine Fehlermeldung, das ist eine grafische Darstellung, wiederum mit dem Hinweis auf die jeweilige Auflösung. Nun hat das System uns hier bereits einen Vorschlag reingespielt. Diesen kann ich entweder bereits so übernehmen und auf Basis dessen weiterarbeiten. Oder aber ich kann, um eine komplette Grundstruktur zu haben, hier auf das vollständige Zurücksetzen gehen. Ich wiederhole es noch einmal. Vollständiges Zurücksetzen und habe ich eine komplette Grund-Basis-Ausgangsstruktur. Das ist jetzt wie folgt zu sagen, dass man hier, wenn man merkt, auf diese orangen Messkugeln zu gehen und diese anwählt, wird immer automatisch im Verlauf diese schwarze Linie dargestellt und diese folgt immer dem Sulcus, der Gingiva und dem Antagonisten. Es empfiehlt sich immer erst, wenn man hier das an der Draufsicht einfach mal genau betrachtet, immer diese vier großen orangen Messkugeln als erstes zu bearbeiten. Über diese wird wiederum, wenn man diese greift, die Grunddefinition der Abatmentschulter genau dargestellt. Wenn man diese dann in der groben Form ausgerichtet hat, hat man entweder die Möglichkeit, über den vorbereiteten Sulcus die genaue Ausrichtsprofilstruktur über hier links oben dargestellt, das Feld Gingiva anpassen. Wenn man gesehen hat, kann man hier jetzt einfach nochmal genau kontrollieren und der Rechner hat einfach hier die komplette Struktur dem Ausrichtsprofil angeglichen. Ich kann dieses auch rückgängig machen. Ich habe hier, wie aus Windows bekannt, meine Rückwärts- und Vorwärts-Tasten und kann dann auch hier auf dem Dorsaal die Ansicht einfach nochmal genau kontrollieren. Nachdem ich diese Abatmentschulter schon einmal reingerechnet habe lassen, habe ich hier noch die Möglichkeit, zum anderen über die kleinen Messpunkte eine Feinjustierung vorzunehmen. Diese empfiehlt sich aber wirklich nur im letzten Arbeitsschritt der Festlegung der Position der Abatmentschulter einfach auch durchzuführen. Wenn dieser Schritt passiert ist, gibt es folgende Möglichkeit. Ich habe hier oben diese blauen Messkugeln. Ich habe eine große und eine kleine. Die große, in der kann ich die Einschubrichtung verändern des Abatments. Über die kleine kann ich das Abatment in die Höhe ziehen. Und hier sieht man schon einmal, schematisch, den Einbiss des Antagonisten. Diese wiederum ziehe ich dann so weit runter, wie meine spätere Rekonstruktion des Zahnersatzes das nötig macht. Ich habe auch die Möglichkeit, die Schulter einmal über die oberen Messkugeln zu bewegen. Und sowohl auch, wenn ich hier in die direkte Abatmentschulter reingehe, auf diese hinten Messkugeln, kann ich mir jeweils die Breite der jeweiligen Abatmentschulter anzeigen lassen und die Gradzahl, die sie aktuell hat. Weiter habe ich die Möglichkeit, wenn man das jetzt hier zieht, hier habe ich ein relativ konisches Abatment. Diesen Konuswinkel kann ich hier in den Feldeinstellungen selber einstellen und definieren. Ich kann von 0 bis 1, 2, 3, 3 Grad, wie Sie es hier eben auch sehen, oder auch 4 Grad, wie Sie das für sich im Praxisalltag für nötig halten, einfach mal umsetzen. Dann hat man die Möglichkeit, sich den Schraubenkanal bereits darstellen zu lassen. Das geht über die sogenannten Anzeigeoptionen. Nun hat man weiter die Möglichkeit, hier den Frontbereich mit der oberen orangen Messkugel noch einmal runter zu sehen, um sich bereits hier eine Abatmentform zu generieren, die nach vestibulär abgeschrägt ist. Das wäre die grundsätzliche Einstellung, die man vornehmen kann. Oder aber, was man auch immer machen kann, ist, diese Form erst einmal in dieser Art und Weise stehen zu lassen und das Ganze dann beim Modifizieren über einen sogenannten Ebenschnitt, den ich später zeigen werde, auch noch zu definieren. Weiter habe ich die Möglichkeit, hier mir Folgendes noch einzustellen. Wenn man jetzt möchte, dass diese Hohlkehle in der Stufe etwas weicher gestaltet werden soll, kann man auf Erweitert gehen und hier den Schulterradius von 0,6 mm auf 0,8 mm einstellen. Das gleiche gilt für den oberen Schulterradius. Damit ist hier diese Abbruchkante gemeint. Wenn man diese auf 0,6 stellt, bekommt man auch eine deutlich weichere Abatmentform. Und wenn man diese ganzen Schritte alle durchgeführt hat, geht man hier auf das Feld Modifizieren. Im System gefällt die Abatmentform, er hat sie über die Validierung zugelassen. Jetzt hat man hier nochmal die Möglichkeit, über die sogenannten Freiformwerkzeuge, in dem Fall hier das allgemeine Morphing, das wir bereits aus der Krone- und Brückentechnik können, das Abatment auch nochmal zu verändern. Wichtig ist hier auch nochmal zu sagen oder zu erwähnen, dass diese gelben und grünen Pfeile, die nach Mesil und Distal, diese Lateralbewegungen, letztendlich ausführen, mit Vorsicht zu genießen sind. Wenn man das hier jetzt mal sieht, wenn man ihn bewegt, produziert man hier im Schulterbereich einen Unterschnitt. Dieses sollte man tun, nichts gelassen. Wenn man draufkommt, kann man hier links auch auf das Zurück-Pfeil, den man aus Windows auch kennt, nochmal klicken, um diesen Vorgang rückgängig zu machen. Das Einzige, was man machen kann, ist, man kann letztendlich hier die Höhe nochmal variieren. Mehr sollte man aber hier bitte nicht machen. Und darauf ist hier zu achten. Oder aber, man hat ja im Vorfeld bei der parametrischen Formung schon seine Grundform dargestellt, dass man hier als finalen Schritt, weil wir ja vorher eben das Thema hatten, der Abatment-Form an sich, hier die sogenannte Dimensionierung der Enzisalkante etwas zurückzunehmen. Dazu benötigt man den Ebenenschnitt. Den findet man auch unter den Freiform-Werkzeugen. Den bildet man hier einfach aus, so dass er blau eingegraut ist. Der sinnigste Weg, den Ebenenschnitt nun durchzuführen, ist zum einen, hier einmal über die linke Maustaste sich drei Markierungspunkte zu setzen. Nun wird der Ebenenschnitt angezeigt. Diesen kann man auch variieren. Und dementsprechend, solange dieser Kreis blau markiert ist, lässt sich der Ebenenschnitt auch durchführen. Wenn man irgendwann mal die Extreme überschreitet, das bedeutet, wir haben hier den Schraubenkanal extrem geschwächt, beziehungsweise wir sind, wenn man das auch mal rückgängig macht, hier in dem Bereich dessen, dass wir der Ebenenschnitt die Abattment-Schulter berühren würde. Würde ja automatisch rot eingegraut werden. Und ich gehe dann entweder auf Zurück. Das heißt, ich habe hier links unten diese Windows-Taste benutzt, setze meinen Schnitt nochmal neu, wieder über die linke Maustaste. Und mehr muss ich gar nicht machen. Wenn ich dann letztendlich auf das Ausführen gehe, habe ich den Ebenenschnitt gesetzt. Ich kann hier das Einzige, was ich noch machen kann, ich könnte hier den Schärfegrad des Schnittes noch einstellen. Das heißt, wie stark die Kante abgerundet wird. Ich möchte hier einen weichen Schnitt haben. Somit nehme ich diesen Bereich. Und somit ist der Ebenenschnitt gesetzt worden. Wie man sieht, hat er sich auch den Ebenenschnitt gemerkt. Ich habe in diesem Schritt auch nochmal die Möglichkeit zu überarbeiten. Das ist eigentlich nicht nötig. Man kann hier über die sogenannte Wachsmesser, das wir auch aus der Kron- und Brückentechnik kennen, wiederum Bereiche auch noch überarbeiten, die man möchte. Es ist aber eigentlich nicht nötig. Man kann sich auch final noch einmal über den Schiebregler, den wir unten rechts in der Zugriffsleiste finden, die Schraubenkanal nochmal schematisch einblenden lassen. Man geht final auf die Montage. Den Schraubenkanal jetzt wieder ausblenden. Jetzt wurde er bereits gerechnet. Dann sehen wir hier das Abattement. Darstellung mit Antagonist. Und dann geht man wiederum weiter. Es wird eine endgültige Validierung gemacht. Und das System ist bereit zum Versand. Und dann geht's weiter. Dann sehen wir es so. Jetzt ist es so. Dann wünschen wir es super, dass wir uns explodieren. Und dann kommen wir es wieder in der Zeit noch ein bisschen. Und dann gehen wir uns das Badekampo rein. Dann gehen wir es mal wieder. Dann gehen wir es mal wieder. Und dann gehen wir es mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020